hallo schön dass ihr eingeschaltet habt meine lieben willkommen zurück bei einungslos tv im star trek online universum natürlich momentan mache ich auch nicht viel anderes aber es soll nicht eurer daran sein meine auch nicht auch star trek online kann viel spaß machen wie wir jetzt nun in die muss jetzt kurz überlegen 224 folgen bisher gesehen haben bei 124 folgen meine güte machen sind wir schon lange dabei krasse sache und es geht immer weiter immer fortan aber auch ich werde mal gucken dass ich vielleicht noch mal zweites spiel demnächst irgendwann mal anfangen wenn die zeit jeder mal ein bisschen luft schafft wenn wir noch nicht ganz sicher welches ich wird mir durch den kopf gehen lassen irgendwas tolles auf jeden fall ich hab dir eine idee was wir was ich mal spielen könnte ja bestimmt noch einige coole ideen aber wie dem auch sei wir werden hier jetzt erstmal die nächste episode machen und zwar zum wiederholen verdammt wir fangen an mit der nächsten episode oder beziehungsweise episode episode nächste folge von episode haben sie diese dominion schiffe hier draußen erwartet einverstanden steuermann setzen sie kurz setzen mal kurz unser kleines schiffchen und bin dort die sich durch schön flink und so schön schön doch wir können gar keine andere klasse mehr spielen verstanden der botschafter hat ihm noch etwas hinzuzufügen wir gehen nirgendwo hin gründer natürlich ja klar warum auch nicht jetzt sind alles gezündet habe und wann haben die katastrierner tatverrichtung das ist ja ganz was neu ist ich bin froh dass sie es geschafft haben garak ich würde es nicht vergessen haben würde ich es nicht für die Welt ich würde es nicht für die Welt der Fundanzierung bereitstellen auf eine von ihr eigenes spricht von vielen Dank auf dieser Station aus dem Moment seit wann die Fundanzierung stein garter Dutiotto sie nicht wir schauen uns was sie schnauern wir haben nicht viel Zeit wir haben vielleicht die Fundanzierung aber sie wird zurück und sie wird bringen Freunde Ich dachte, sie wollten ein paar Geheimnisse herausfinden, Garak. Das ist diplomatisch von Ihnen, Garak. Ja gut, dann gehen wir mal zur Station. Gehen wir uns mal rüber. Na ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Bestimmt erstmal eine ganze Handvoll Gem hat er. Mit Sicherheit, wie immer. Wir haben Lebenssupport, BASIC-Lighting, nicht mehr. Wenn wir etwas von diesem Relic ausmöglichen bekommen, müssen wir die Hauptkraft wieder online bekommen. Bleib vigilant. Wir haben keine Ahnung, was hier zu erwarten. Okay. Mal schauen. Ich sehe, wir haben keine Ahnung. Du, 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 du. Hauptschlum her entsteht. Gut gemacht. Die Hauptkraft ist wieder online. Wir werden können, andere Systeme zu erreichen, wie das Datacore. Lass uns eine Konsole finden und sehen, was da drin ist. Hoffentlich sind die Datafile nicht außer Verkaufsverfahren. Schauen wir mal, ne? Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass hier gleich ein Haufen Gem hat da oder so auftauchen. Irgendwas, was uns auf jeden Fall gewaltig auf einen Nerv gehen würde. Aber wir haben hier noch. Above. Da ist geschlossen, da ist rotes Licht, da blaues Licht ist gut. Was macht das? Es leuchtet blau. Damit habt ihr vollkommen recht. Hm. Das Terminal ist in schlechtem Form. None of the files are accessible. Considering their age, I'm not terribly surprised. The founders wouldn't keep a place like this hidden, to protect dust and broken files. Let's check all the data terminals and consoles in the area. That one over there looks reasonably intact. Sehen wir uns das mal an. Dann müssen wir alle Konsolen und... Boah. Das hat ja lustig hier. ... ... ... ... ... Wir werden weiterentwickeln, um die Welt zu unserer Sphäre der Influenz zu geben. Unsere Studien von Xenobiologie werden mehr wichtig sein. Wir müssen wissen alles, was wir können, von sowohl Freund und Före. Wir brauchen alle Vorteile, die wir finden, wenn wir die Wahrheit erreichen können. Ein weiteres Projekt ist in der Lage. Ihr wisst, die Räste der Räste von Tränen-Dwellers herausgefunden sind, wie wir damals waren. Die genetische Ingenieung dieser Saladen hat unglaubliche Resultate produziert. Seine Intelligenz hat bis zu einem Faktor von drei so weit erhöht. Wir betrachten, dass diese Spezies die erste von vielen lokalen Servitoren und Vasseln sein wird. Was war ich mit der Vorta? Die Date, die sie gab, war ungefähr 2000 Jahre vor. Nicht lange, nachdem die Dominion geöffnet wurde. Diese Facilität ist älter als wir dachten. Much älter. In der Tat. 2000 Jahre alte Station. Mensch, dafür ist sie aber echt gut in Schuss, muss ich sagen. Ja. 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 Faszinierend. Das klingt dann nach dem Jem Hadar. Faszinierend. 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 Ah. Faszinierend. 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 lassen sie es uns herausfinden wahrscheinlich konnten sie die hört nicht kontrollieren und haben deshalb nachher die gem hatte geschaffen weil die 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 hört doch bisschen rücksichtsloser waren als gedacht würde sinn machen aber das haben wir jetzt bestimmt herausfinden die konsole wir haben diese taktik schon einmal gesehen ja das haben wir in der tat so zwei log haben wir noch die soliden Räßen auf der anderen Seite sind primitiv und unremarkable nur für einen sie sind klingons und zeigen ein einziges Talent für die violen einen der wir unsere eigene gem Hadar left unchecked diese klingons could become dangerous enemies die klingons sind zu willig zu subjugate ihre genetische Materialien können veröffentlichen Behörden zu den Jem'Hadar oder ihre Replacementen. Wir haben angefangen die Entwicklung einer neuen Cadre Spezies, Designation Thakiri, mit demons von Klingon Folklore für Inspiration. Wie mit Jem'Hadar, wir haben sie in unserem Service mit der Wut. Wir werden sie in Kombination testen, auf den Klingons selbst. Ressort Report Supplemental Entry, 8671.71, Dominion Reckoning. Somehow, die Fakiri haben die Wut und auf ihre Reifel-Masters gebrochen. Die Mehrheit unserer Forschung wurden getötet. Ressorten Intelligenz sugieren eine Union zwischen den Fakiri und einem Klingon-Klingon-Klingon-Klingon-Klingon. Die Gründer haben die Fakiri erschaffen? So würde es sein, dass sie nur die Kontrolle über sie verloren verloren haben, obwohl sie Ketrasel-White verloren haben. Based on what we know about Fakiri, es scheint, dass der Preis, den sie für ihre Freiheit bezahlen, war Insanity. Sie wurden die Monster geworden, die sie basiert wurden. Leider für alle Beteiligten. Oh man, wie viele Völker haben die denn noch geschaffen? Oder wie viele Spezies? Das ist ja Wahnsinn! Ressorten 9076.23 Ressorten 9076.23 Ressorten 9076.23 Ressorten 9076.23 Ressorten Final Entry I am weary Soon I'll return to the Great Link And I will be glad to be rid of this place The borrowers have emerged again We can barely control them this time The Jem'Hadar were able to divert their onslaught at great cost Rather than counterattack, they went through the wormhole to seek easier prey Our agents in the other quadrants report that the borrowersault was a sweeping one Going as far as Kronos Hopefully they'll devour every atom of that wretched planet The borrowers will eventually return to dormancy Strangely, it appears that some of their forces intend on remaining in the other quadrants It seems they have a long term goal Galactic devastation They have the Herc in other quadrants Yes They knew the Herc problem was getting worse even then Instead of preparing or seeking allies They expanded the Dominion And when the Herc reemerged They tried to deal with it on their own And failed Their arrogance may lead to the end of the Dominion We need to get this data to the Alliance All of it Even the damaged and corrupted files There has to be information we can use in here I am picking up something on my tricorder There was a massive power spike on a lower deck And now I am reading a large number of systems cycling up Something is happening down there We are agreed Take your team and Captain Kira down to investigate I will remain here And pull as much as possible as possible We will not get another chance at this und damit ist das stichwort vor dem wort zum sonntag oder montag oder dienstag je nachdem man das guckt wir werden hier nämlich jetzt erst mal wieder eine kleine pause machen hoffen dass wir unsere neue in der nächsten folge ein bisschen testen können ja es sei da gerne wieder mit dabei wenn wir weiter den geheimnissen des dominion und der hört auf den grund gehen wir haben jetzt schon eine menge erfahren ist ja schon puh seid auch gerne wieder mit dabei in der nächsten folge und wie immer wisst ihr ja dürft ihr auch gerne in abo unten like da lassen für uns dann macht's gut sehen uns in der nächsten folge wieder auf wiedersehen